Was ist denn hier los? Es ist Pikachu! Pikachu! Pika! 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 Ist das ein echtes Pokémon? Pika! 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 Brauchst du ein Kissen? Pika! 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 Eine Decke? Pika! 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 Oh, du bist müde, oder? Pika! 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 Das hättest du gleich sagen sollen! Ich helfe dir! Pika! 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 Hier sind die Teile, um das Haus zu bauen! Wenn ich sage, ich habe ein echtes Pikachu gesehen! Sollte ich lieber ein Foto machen! Oh, Mist! Sie hat mich gesehen! Ich habe keine Fotos von dir gemacht! Mein Akku ist leer! Pika! 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 Großartig! Danke! Ich werde dir helfen! Als erstes sollten wir ein paar Teile ausschneiden! Pika! Super! Das hast du gut gemacht! Lass uns ein Haus daraus machen! Pika! Pika! Und jetzt fügen wir ein Hasenkäfig hinzu! Und? Wie sieht's aus? Sieh dir das an! Was ist passiert? Schon wieder? Pika! Pika! Lass uns das Netz dekorieren! Und jetzt die Füllung! Eine Wasserflasche darf auch nicht fehlen! Pika! Pika! Eine Schüssel mit Essen! Pika! Du magst die Schüssel nicht? Warum nicht? Tika! Pika! 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 Das war's! Magst du sie? Pika. 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 Pikachu. Das war nur ein Scherz. Pika. 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 Was ist das? Autsch. Das ist heiß. Pika. Lass uns mit dem Zaun anfangen. Pika. Pika. Autsch. Vielen Dank, Kätzchen. Jetzt kann ich die Matte ausrollen. Lass uns das Kissen mit Füllung füllen. Puh, hier ist es kochend heiß. 40 Grad? Deshalb ist euch auch so heiß. Könntest du mit ihm nach draußen gehen? Ich werde wohl so arbeiten müssen. Mir geht's gut. Danke. Jetzt müssen wir nur noch Essen und Wasser hinzufügen. Pika, Pika, Pika. Wo ist das Haus und wo ist die Katze? Wow. Oh, ich liebe Äpfel. Pika. Pika. Die sind so schnell weg. Ich will noch ein. Au. Pika, Pika, Pika Pika, Pika Ich würde gerne eine Pause machen Pika, Pika Pika Na gut, ich werde dir helfen Pika, Pika Wir sollten den Bodenbereich trennen Als nächstes pflanzen wir kleine Pflanzen Es fehlt noch Füllmaterial Was machst du da? Lass es fallen Pika, Pika Du bist einfach unglaublich Wir sind fast fertig Wir beeilen uns Pika Das war's für heute. Das war's für heute.